Ja, dann dürfen wir sagen, viel Spaß mit dem Programm vom Filmfest, denn das läuft ja insgesamt noch bis zum 5. Oktober. Hallo an den Gast, Thorsten Kratz ist da von der Feuerwehr Hamburg. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind. Wir wollen natürlich wie immer erstmal über die Einsatzzahlen reden. Die haben Sie mir vorab eben schon verraten, 3.265 Einsätze, Freitag, Sonnabend, Sonntag. Damit leicht über dem Durchschnitt, aber unterm Strich, glaube ich, ein normales Wochenende. Ja, ein normales Wochenende, genau. Und mit zwei, sag ich mal, Highlights, die wir da hatten. Ein positives schon am Freitag. Am Freitag hatten wir um 10.45 Uhr die Meldung über eine beginnende Geburt in der Kulinstraße. Und um 11 Uhr konnten die Kollegen, die beiden Notfallsanitäter dann auch vermelden, dass ein gesunder Hamburger Jung auf die Welt gekommen ist. Etwa gegen 11 Uhr in Horn war das dann eben. Das sind natürlich so die Einsätze, über die man hier auch gerne nochmal redet, weil das eben auch einfach mal was Positives ist. Das tut, glaube ich, auch zwischendurch einfach mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Also für die beiden Kollegen natürlich sehr aufregend. Das ist klar, das macht man nicht jeden Tag, aber haben die ganz toll gemacht und haben auch entsprechende Rückmeldungen schon bekommen. Ja, und ich konnte mit den beiden auch sprechen. Ja, war super. Und die haben Mutter und Kind dann auch wohlbehalten ins Krankenhaus fördern können. Wenn ich mich mal so zurückerinnere an unsere Rubrik, wir machen das ja schon viele Jahre, da gab es ja den einen oder anderen Einsatz dieser Art. Da sind dann natürlich auch die sogenannten Call-Taker in der Rettungsleitstelle eben entsprechend ausgebildet, dass die auch gleich per Telefon instruieren können und unterstützen können. Ich glaube, einmal gab es den Fall, da ist dann ein junger Hamburger zur Welt gekommen, glaube ich, im Krankenwagen auf der Kühlbrandbrücke. Also das sind schon so die besonderen Dinge dann auch, ne? Ja, genau. Dann schafft man es eben halt nicht mehr ins Krankenhaus, um dann in den Kreißsaal zu kommen. Und dann muss auch schnell gehandelt werden. Und dann hält man eben halt auch auf der Kühlbrandbrücke. Der zweite Kollege oder die Kollegin kommt mit nach hinten und dann geht es eben halt los und man hilft der Mutter bei der Geburt. Immerhin ein sehr besonderer Geburtsort. Noch mehr Hamburg geht hier eigentlich gar nicht. Ja, und dann gibt es natürlich auch die schlimmen und dramatischen Einsätze. Davon gab es einen am Sonnabend und zwar Feuer Y, nennen Sie das Feuerwehr intern. Das bedeutet Feuer, Menschen leben in Gefahr. Ein größerer Einsatz im Schmalfelder Weg. Wie hat sich die Einsatzlage dargestellt? Ja, also die Kollegen haben einen Werkstattbereich vorgefunden, in dem es brannte. In voller Ausdehnung haben dort der Eingriffstrupp dann eine leblose Person vorgefunden und haben diese dann geborgen aus der Brandstelle und dann an den Rettungsdienst übergeben. Der Rettungsdienst hat dann leider erfolglos die Reanimation einstellen müssen der Person und die Person wurde dann ins Institut für Rechtsmedizin verbracht. Nun gilt es natürlich auch die Brandursache zu ermitteln. Das ist wie immer nicht Sache der Feuerwehr, sondern der Brandermittler der Polizei. Das sind dann so die nächsten Schritte, die jetzt wahrscheinlich in die Wege geleitet werden. Genau. Also die Ursache erstmal überhaupt über den Tod des Menschen wird dann ermittelt über das Institut für Rechtsmedizin und die Polizei hat dann die Brandursachenermittlung. Vielleicht nochmal ganz allgemein, wenn es jetzt zu einem Feuer kommt, man bekommt das mit, dass da eine starke Rauchentwicklung ist, sieht vielleicht sogar Flammen in der benachbarten Wohnung irgendwie. Das Wichtigste ist ja erstmal immer den Notruf absetzen, sich selbst nicht in Gefahr bringen und dann eben den Profis den Rest überlassen am besten. Ja, so ist es. Je mehr Informationen wir bekommen können, umso besser. Aber dafür darf man sich dann auch nicht irgendwie selbst in Gefahr bringen, sondern wenn man etwas sieht, die 112 anrufen, dort schildern, wo man ist, was passiert ist und dann auf jeden Fall sich bemerkbar machen und die Kolleginnen und Kollegen dann einweisen, wenn die vor Ort kommen. Soweit also die Zusammenfassung der 3.265 Einsätze und zwei besondere Einsätze, die wir nochmal ein bisschen hervorgehoben haben. Dann war Fußball am Wochenende, HSV 2-2 gespielt und der FC St. Pauli 3-0 gewonnen und doch spektakulär. Ja, das auf jeden Fall. Und Herr Baumgart, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ja sein ehemaliger Verein. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen schlecht eingestellt drauf, aber da will ich jetzt natürlich keine Kritik äußern, sondern bin froh, dass Herr HSV 1-1 gewonnen hat und super für St. Pauli mit dem 3-0. Es ist ja auch noch früh in der Saison, also da ist es in der Tabelle auch noch so, dass da viel passieren kann. Da brennt es noch nirgends lichterloh. Nein, auf jeden Fall. Und wenn, dann kommen wir löschen. Herr Kratz, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Infos. Ja, auch vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause hier im Frühcafé am Montagmorgen, 7 Uhr und 51 Minuten. Bleiben Sie gern bei uns. Bis gleich.